Die technische Prüfung oder auch Liebesgrüße aus dem Jury-Rezept-Buch. In der ersten Aufgabe habt ihr die Jury ja mit einer leckeren Füllung überrascht. Jetzt überrascht euch die Jury mit einem köstlichen Rezept. Die Zutaten dürft ihr jetzt aufdecken. Kakao. Natron. Viel ist es nicht, ne? Dürfen wir in den Kühlschrank gucken? Klar. Was geht ab im Kühlschrank? Ey, nada. Nix im Kühlschrank. Wollen wir in den Backofen schauen? Okay, Spritzbeutel. Kleine Spritzbeutel, Freunde. Kleine. Und ganz viele. Guck mal, wie viel Puderzucker wir unten haben. Ich hab schon gesehen, ohne Ende. Einfach mal ein Kilo. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt gleich passieren wird. Wenig Zutaten könnte bedeuten, dass wir vielleicht was Kleines, Filigranes machen müssen. Und Filigran, wissen wir ja, ist nicht mein zweiter Vorname. Also ich glaube, ich kann für alles sprechen, wir wissen es nicht. Vielleicht hilft euch ja das Rezept. Dreht es bitte um. Amerikaner von Bettina Schliebhake-Burchart. Nach meiner Afghanistan-Torte kommt Amerikaner. Wie taktlos ist das denn? Bettina so, ach weißt du was, wir machen Amerikaner. Aber wir kennen es alle immerhin, oder? Als ich angefangen habe zu tanzen, damals bei mir in der Schule auf dem Schulhof, haben die Mädels bei mir in der Klasse mir immer morgens aus dem Bäcker Amerikaner mitgebracht, weil ich die so gerne gegessen habe. Ich auch. Damit ich den Moonwalk mache. Ich hab die auch. Aber du konntest den Moonwalk nicht, verstehst du so? Komm, zeig mal, zeig mal den Moonwalk. Was denn das? Hier, so geht der. Den seitlichen, den hier kann ich nur. Das war aber kein Moonwalk. Was war denn das, mein Freund? Okay, lasst uns jetzt backen. Natalia bereitet sich schon vor, Leute. Sollten wir auch tun. Natalia Schreber-Modus. Die Jury wünscht sich von euch Amerikaner. Und ihr wollt hier in der technischen Prüfung eigentlich immer sehr anspruchsvolle Rezepte umgesetzt haben. Warum jetzt Amerikaner? Die klingen sehr leicht. Der Amerikaner besteht aus einem Rührteich und einer Glasur. Das klingt relativ simpel, ist es aber nicht. Da kann ich dir nur zustimmen. Der Teig hat eine ganz bestimmte Lockerung, die er durchs Natron erhält. Und die zu treffen, das wird definitiv eine der größten Schwierigkeiten sein. Und genau da drauf werde ich achten. Wir erwarten von euch drei gleich große Amerikaner. Bei der Glasur habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Gebäck klassisch. Eine Hälfte hell, die andere dunkel. Und die beiden anderen in freier Interpretation, sodass am Ende drei individuelle Glasurmuster zu sehen sind. Aber ihr solltet nicht zu lange drüber nachdenken. Denn für diese Aufgabe habt ihr nur 60 Minuten. Wir nennen das hier Speed Challenge. Ihr kommt in einer Stunde wieder und macht dann den Amerigo Verputzi. Und wir drücken euch zusammen. Vielen Dank. Dankeschön. Bye, bye. Und ich gebe euch nochmal den Tipp, ihr habt alle Zutaten nur einmal. Lest das Rezept genau durch. Und dann geht's auch schon los auf mein Kommando. Auf die Plätzchen. Fertig. Backt. Erst baked Alaska, dann Amerikaner. Die Jury pflegt bei der Aufgabenstellung nach Kräften die transatlantischen Beziehungen. Auch was die Backzeit angeht. Eine Stunde bis zur Verkostung. Das fällt schon in die Kategorie Fast Food. Ich hab natürlich noch nie Amerikaner gebacken. Dafür aber, was mein großer Vorteil heute ist, im Gegensatz zu den anderen technischen Prüfungen, schon viele gegessen. Zuerst weiche Butter und Zucker cremig schlagen. Der perfekte Amerikaner hat eine ganz leichte Backfarbe. Ist typisch von der Form, dass er so ein bisschen wie so eine kleine Schüssel angelegt ist, also eine Rundung hat. Und obendrauf ist eine leicht glänzende Glasur. In Schwarz und in Weiß. Ich glaube, die Einfachheit in dieser Aufgabe, das ist ein großer Stolperstein. Eine Stunde ist super brutal. Das Rezept musst du wirklich Punkt für Punkt schnellstmöglich abarbeiten. Alle arbeiten fieberhaft an der von der Jury eingeforderten Lockerheit des Teiges. Zum Reden haben die wenigsten Zeit. Die ist in dieser Aufgabe Mangelware. Ein Zwischenstand. Das Natron macht das alles luftig und fluffig. Das Triebmittel wirkt nur in Verbindung mit Säure. In einer weiteren Schüssel Buttermilch. Und zwar wie viel? 75 Millimeter. Jetzt kommt ein halber Teelöffel, kommen Sie mal ein bisschen großzügiger. Vanilleextrakt. So. Zu Butter und Zucker gesellt sich ein Ei. Dann abwechselnd die Vanillebuttermilch und die Mehlmischung. 60 Minuten ist eine Ansage. Und ich muss mich einfach ranhalten zeitlich. Nicht nur die Zeit ist knapp. Wir haben nur einmal die gesamten Zutaten. Das heißt, ich kann nicht so asen, wie ich sonst vielleicht gerne machen würde. Wo ich immer so abgehe wie verrückt. Das ist eine technische Prüfung. Wir haben halt nur das Material, was wir da haben. Da darf jetzt keine Fehler passieren. Wenn jetzt Fehler passieren, Game over. Der Teig wird auf sechs gleich große Häufchen verteilt. Wir haben hier eine Schüssel. Machen hier. Das habe ich mir eher von Sarah abgeschaut. Nein, Detlef. Nein. Das ist tatsächlich Detlef seine Idee. Die Schule verlangt identische Amerikaner. Und dann kriegen sie identische Amerikaner. Genau so ist es. Ihr wollt identische Amerikaner. Dann kriegt die Idee. Ihr kriegt identische Amerikaner. Das alte Boy-Group-Konzept. Ich habe es gerade wie in der Schule gemacht. Abgeguckt. Aber man muss doch sagen, Sarah ist ein guter Schreiber. Sie gönnt. Kennen Sie diese Arschloch-Schreiber, die während Sie gemerkt haben, dass Sie das Abschreiber an denen die gemacht haben? Sarah ist ehrenvoll. Noch 45 Minuten. Parallel zum Aufdressieren erwärmt sich der Backofen auf 180 Grad. Auf jedes der beiden Backpapiere belegte drei gleich große Häufchen setzen. Ich weiß nicht, wie sehr die aufgehen. Lieber etwas Abstand lassen. Ruhig bleiben, Detlef. Komm, du hast eine gute erste Runde vorgelegt. Es kommt wieder ein bisschen Nervosität. Wie man richtig Häufchen macht, steht nicht im Rezept. Und in der Hundeschule war auch keiner. Keine Ahnung, wie man die richtig aufdressiert hier. Mit ordentlich Schwung und Druck. Drückst du die noch oder machst du die spitz? Ich versuche die noch ein bisschen in den Fraub zu bringen. Aber fürs Trainingslager haben die Amerikaner kaum Zeit. Sechs Stück werden gebacken, drei der Jury vorgesetzt. Die kommen eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Insofern lasse ich die. Kommt euch nicht in die Quere. Meine sind jetzt von der Größe her nicht die größten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass durch die Butter allein das Ganze ja schon im Ofen verlaufen wird und dann durch nochmal eine größere Fläche einnimmt. Ein Blech auf die zweite Schiene, das andere auf die vierte. Vielleicht ist auch weniger da mehr. Und wir haben ja keine bestimmte Größe. Wenn die jetzt kleiner sind, ist es kleiner. Hauptsache, die sind einheitlich. Hauptsache, dann die Glasur später sieht gut aus. Ich glaube, schöner werden sie nicht. So, einmal. Zweimal. Unterschiedlich groß bedeutet am Ende auch unterschiedlich dick. Das ist eine Technik, womit ich versuche, den Amerikaner ein bisschen glatter von der Struktur her oben zu kriegen. Und man nicht gleich erkennt, dass es meine sein könnten. Liebe Promis, ich mache es kurz Halbzeit. Noch 30 Minuten. Boah, die Zeit stresst mich einfach, total. Jetzt kommt die Glasura. Der klassische Amerikaner hat zwei unterschiedlich glasierte Hälften. Guck mal, da kann man schön runterkommen, weißt du, beim Sieben. Mhm. Durch das Sieben verliert der Puderzucker eventuelle Klümpchen. Puderzucker habe ich jetzt hier drinne mit Wasser. Und das gibt jetzt gleich diesen Zuckerguss für meine Amerikaner. Und teilweise färbe ich den anderen jetzt noch mit Kakao ein und der andere bleibt so. So, da ist es dann nur wichtig, die richtige Konsistenz zu finden. Im Rezept steht nur etwas Wasser. Auch der Kakao für die dunkle Hälfte muss gesiebt werden. Die Konsistenz der beiden Glasuren kann man mit Wasser und Puderzucker nachjustieren. So, ist die ein bisschen dünn. Ja, man hat keine Peilung, wie viel Wasser da rein muss, was gut ist, was ist schlecht. Und welche Muster kommen wohl am besten an? Die Glasur ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir haben Puderzucker und wir haben Wasser. Die Konsistenz von der Glasur sollte wie leicht flüssiger Honig sein. Also es sollte runterlaufen und auch verlaufen. Es darf jetzt nicht wie so Wasser runterrauschen. Aber es sollte auch nicht so fest sein, dass es eine Struktur bekommt. Unsere Prominenten haben eine riesige Schüssel Puderzucker. Allerdings, wenn der verbraucht ist, sie kriegen keinen Zweifel. Mein Gott. Mit welcher Konsistenz lässt sich am besten grafisch arbeiten? Wie dick machst du das, Sarah? Recht dick, oder? Ja, zu flüssig würde ich es nicht machen. Zu dick, also so ein Mittelding. Es trocknet ja dann eigentlich schon noch an, der Zucker. Also nicht zu dick und nicht zu dünn, sondern genau richtig. Eigentlich ganz einfach. Nach siebeneinhalb Minuten müssen die Backbleche getauscht werden, damit alle Exemplare eine ähnliche Backfarbe bekommen. So, jetzt klingelt mein Wecker. Jetzt muss ich erst mal ganz schnell die Bleche wechseln. Hä? Du hast doch deine viel später rein wie meine, oder? Nein, ich muss jetzt die Bleche wechseln. Ja, aber du hast doch deine viel später rein wie meine. Und da stand doch dran, 15 Minuten, oder bin ich blöd? Sarah, jetzt rette ich dich. Nach siebeneinhalb Minuten musst du wechseln. Danke. Gut aus trotzdem. Wie lange waren jetzt da? Zwölf Minuten waren es jetzt so. In wenigen Minuten wird glasiert. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Problem habe. Das weiß ich noch nicht, ehrlich nicht. Ja, es könnte nur sein, dass es zu dünn ist, meine Glasur. Das entgebe ich jetzt zumindest in die Schoko-Dings hier mal ein bisschen was nach. Glasieren, Auswählen, Fertig. Weniger Arbeitsschritte. Aber die müssen sitzen. Kakao zieht ein bisschen an. Alles in Ordnung. Oben die Glasur. Aber wie sieht der perfekte Amerikaner untenrum aus? Die Farbe der Amerikaner, beziehungsweise des Teiges, sollte schon so goldbraun sein. Wir sind ganz nah am Ziel. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich gebe dem Ganzen noch so eine Minute circa. Und dann, wamonos! Raus da, Jungs, raus da! Nataljas Jungs sind schon so weit. Die dürfen an die Luft. Macht sich bei Sarah der verspätete Blechtausch bemerkbar? Meine Amerikaner gefallen mir sehr gut. Sind sehr schön geworden. Hab nichts zu meckern. Und Detlef? Auch nicht. Oh, sieht denn geil aus. Wow! Die Glasuren in die Tüllen und dann kann es endlich losgehen. Moment! Im Rezept steht, die ausgekühlten Amerikaner glasieren. Aber wann sind sie kalt genug? Nur nach 15 Minuten? Da muss man jetzt abwägen. Ja gut, diese technische Prüfung ist halt auch einfach sehr, sehr kurz und intensiv entsprechend. Ja, meine sind nicht so groß wie die der anderen. Aber ich komme nicht darauf an, wie groß das ist, sondern wie man damit umgehen kann. Ich habe die Größe quasi vorgegeben, indem die Kandidaten aus dem kompletten Teig sechs Amerikaner herstellen müssen. Damit ist die Größe eigentlich schon definiert. Wir haben jetzt aber keine Zentimeterangaben gemacht. Um zu verhindern, dass die Glasur auf den restwarmen Amerikanern verläuft, kann man versuchen, ihre Ausgangstemperatur zu senken. Schließlich will man nichts versauen. Deine sind aber auch richtig gut geworden. Ja, mal gucken. Aber bei mir sind sie zum Beispiel nicht richtig hochgekommen, woran auch immer das widerliegt. Weil du sie, glaube ich, einfach nur breiter hast. Weißt du, wie ich meine? Ja, das kann sein. Bei mir sehen die echt aus wie Paris. Aber, aber, jetzt nicht verzagen. Ich tue da jetzt Sesamkörner drauf. Alles gut. Geil ist auch alles gut. Geht, klappt, alles gut. Die Temperatur muss runter. Aber irgendwann sollte man mit dem Glasieren beginnen. Noch zwölfeinhalb Minuten. Auch wenn ich gleich einen Kreislauf-Kollaps bekomme. Ich bin super happy mit den Formen meiner Amerikaner. Hini schaut lieber mal genau hin. Ich sehe da was, was du nicht siehst. Da muss sie hier aber richtig Zuckerguss drauf machen. Okay, jetzt kommt es drauf an. Wenn wir was aufzeichnen, drehen wir das Papier nochmal um. Zeitdruck ist nicht mein Freund. Da habe ich nicht dran gedacht, tatsächlich. Paisal glasiert fast wie ein Profi. Wo lernt man sowas? Also als erfahrener Nutella-Brotesser bin ich natürlich sehr, sehr fähig, Sachen zu verstreichen. Feinere Muster bekommt man mit der Spritztülle hin. Theoretisch. Je ambitionierter die Muster sind, desto leichter misslingen sie. Der Zuckerguss läuft sehr schnell und trocknet sehr schnell. Und ja, ist nicht so einfach. Was ist da bei Detlef los? Erst wird die Glasur gekühlt, dann kommt sie wieder in den Topf. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das einfach anfange nochmal zu erwärmen, damit sich Wasser rauszieht. Eigentlich ist es doch ganz gut. Ich will in Ordnung. Okay, dann lassen wir das so. Ach, es duftet schon gar köstlich. Und so ein Amerikaner macht ja auch richtig gut satt. Ihr habt nur noch zehn Minuten. Wie viel? Zehn. Sorry? Zehn. Noch einmal bitte? Jetzt sind es nur noch acht. Scheiße. Schmieren. Spachteln. Stäbchentechnik. Ich versuche jetzt hier perfektionistisch zu arbeiten. Komm, bleib da oben. Bitte bleib da oben. Wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn es überläuft, auch. Ich bin auf der Zielgerade und hoffe, dass ich das Muster, wie ich es hinbekommen möchte, auch hinbekomme. Ich mache hier ein typisches, klassisches Ying und Yang-Muster, weil ich finde, Gleichgewicht ist wichtig im Leben. Alles braucht sein Gegenpart. Hass braucht Liebe. Licht braucht Schatten. Und ich brauche Amerikaner. Und jede Wahrheit braucht einen, der sie ausspricht. Meine Glasur ist zu dünn. So ist es jetzt. Naja, ich bin ja keiner, der jetzt dann einfach die Hände hebt und sagt, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich muss ja irgendwie trotzdem hier noch was hinstellen. Vielleicht punktet ja der Teig. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, würde ich sagen, oder? Sie schmilzt dahin. Ich habe die befürchtet, dass meine Schokoladenglasung ein bisschen zu fest ist, aber der ist auch abgefahren. Mit dem muss man leben, was man jetzt hat. Und die erfolgsverwöhnte Sarah? Es ist nicht einfach, so ein Amerikaner einzustreichen. Mir läuft der Zuckerguss runter und ich hoffe mal, dass man das dann nachher nicht sieht. Natalia glasiert eine Hommage an die Schneckenmoodle. Ach, ihr Lieben. Ich sehe dunkle Glasur, ich sehe helle Glasur und ich sehe noch zwei Minuten. Zeit für Ideen. Eine Neuinterpretation von Spritzgebäck oder streng gezogene Linien. Alles ist erlaubt, solange je ein Amerikaner das klassische Hälftendesign aufweist. Das ist einfach, ja, ich bin fertig, Leute. Oder um es mit Detlefs Worten zu sagen. Der sieht geil aus, den würde ich benutzen, der ist echt geil. Drei perfekte Amerikaner sollt ihr der Jury präsentieren in wenigen Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Schluss. Hände weg vom Gebäck. Nein. Wahnsinn. Oh, fuck, Alter. Fuck. Ich hab's jetzt noch ausgetauscht. We did it. We did it. Es ist wirklich, das Nervenkostüm wird dünn. Ich verstehe das nicht, was hier passiert. Ich kann ihn nicht. Ich bin von mir überhaupt nicht genervt. Wie denn auch? Na ja, natürlich bin ich genervt von mir. Was soll ich denn sein, außer genervt, wenn hier so ein Unfall, so ein kompletter Unfall liegt. Die drei Amerikaner gefallen mir soweit ganz okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Größe bei dieser Challenge eine Rolle spielt. Gleichmäßig sollten sie sein und das habe ich auch probiert. Und ansonsten würde ich mir eine notarielle und anwaltliche Hilfe suchen, um mich hier reiten, durchzuklagen. Die schönsten Amerikaner findet man wohl in Hollywood auf dem roten Teppich. Unsere Jury findet sie aber hinter eurem Foto. Bringt euer Gebäck bitte nach vorne. Die Punktevergabe jetzt ist immens wichtig für mein Weiterkommen. Wenn ich hier einen guten Puffer mitnehmen könnte, jetzt mit der technischen Prüfung, würde es mich ein bisschen entspannen. Ich rechne bei der Verkostung jetzt damit, dass Christian und Betty, wenn sie meinen Teller sehen, kurz nach hinten gehen müssen und wir nur hören, wie sie ganz, ganz laut lachen, weil sie so einen Unfall einfach noch nie gesehen haben.